Ich habe eine neue Software auf meinem Rechner installiert und seitdem werden Word-Dateien mit genau diesem Programm geöffnet und nicht mehr mit Word. Was muss ich jetzt tun, dass Word wieder startet? Hi, Windows klärt das Ganze immer über die Dateinamenerweiterung, also das, was hinten mit .docx steht. Und du kannst es ganz einfach wieder zurückstellen. Ich habe hier eine Word-Datei und man sieht schon vorne am Symbol, das ist kein Word. Und wenn ich die aufmache, dann wird jetzt in dem Fall WordPad geöffnet und nicht Word. Was muss ich tun, um das zu korrigieren? Ich gehe mit der rechten Maustaste auf die Datei drauf und wähle im Kontextmenü Öffnen mit. Funktioniert in Windows 10 wie Windows 11 identisch. Und dann gibt es in dem aufgeklappten Menü den Befehl Andere App auswählen. Da klicke ich drauf und jetzt bekomme ich eine Liste von den Programmen angezeigt, die mit dieser Datei etwas anfangen können. Ich klicke einmal den Eintrag Word an. Und jetzt ist ganz wichtig, unten das Kontrollkästchen, immer diese App zum Öffnen von .docx-Dateien verwenden, unbedingt anhaken. Und wenn ich das Ganze jetzt mit OK bestätige, dann geht es einen kleinen Moment und dann sieht man sofort, jetzt ist auch das Word-Symbol wieder da. Und ein Doppelklick auf diese Datei öffnet dann entsprechend Word und nicht mehr WordPad. Und jetzt ist das Word-Symbol wieder da. Vielen Dank.